Kumpel Riccardo Simonetti, Bonny wird unkonventionelle Mama Als bester Kumpel weiß er wohl am besten Bescheid. Schon in wenigen Wochen ist es bei Bonny Strange, 31, soweit, dass ausgeflippte Modeler und ihr On-Off-Freund Lebo Freemann erwarten ihr erstes Baby. So trieb es die Neubrünette wegen fälschlicher Wehen bereits einmal ins Krankenhaus. An ihrer Seite war dabei ihr BFF Riccardo Simonetti. Der Erfolgsbloger kennt die gebürtige Rosin seit Jahren und verrät jetzt, wie wohl als Mutti werden wird. Das ist wohl sicher, im exklusiven Interview mit Promiflas plauderte der Lana Dierry, 32-Fan offen über seine gute Freundin. Ich fieber so total mit, weil es natürlich immer aufregend ist, wenn eine Freundin ein Kind bekommt. Aber ich glaube, ist sehr unkonventionell und das wird sie mit Sicherheit auch als Mutter bleiben. Ich glaube, diesem Kind wird es an nichts mangeln und ich freue mich schon sehr drauf, sie wird eine ganz, ganz tolle Mami. Bei so viel Enthusiasmus stellt sich nur noch eine Frage, wird ihren Spross alleine großziehen? Schließlich hatte die Laufsteg-Buzzi erst kürzlich klar angedeutet, wieder Single und von getrennt zu sein. Riccardo wollte zum Beziehungsstatus der beiden nichts sagen. Bis zum Beziehungsstatus der beiden nichts sagen.